Ja, wir schrauben uns die Kehren hinauf. Hier haben die Kehren übrigens, wie oft bei Pässen, keine Nummern, sondern irgendwelche Namen. Was man im Hintergrund schießen hört, ist übrigens die Schweizer Armee oder Militär oder Bundesheer oder wie auch immer die heißen. Wir haben Hinterein hinter uns gelassen. Hinterein ist da unten im Tal. So, jetzt müssen wir sehen. Und der Rhein fließt bei Hinterein geradeaus in das Tal. Und wir fahren quasi von Hinterein aus gesehen einfach nur den Berg hinauf. Aktuell in Form von Serpentinen. Wir fahren den zweiten Gang. Es geht so im Schnitt sechs, sieben Prozent aufwärts. Also ist sehr angenehm, da rauf zu treten. Voll angenehm! Super! Jetzt haben wir die Kehren noch. Mit dem Motorradl, man! Oh, den Motorradl-Duo! Aber ist heute sehr wenig Verkehr. Radlfahrer haben wir noch gar keine gesehen. Wie überhaupt auf dem Bernadino-Rauf fahren nur magere, durchtrainierte Rennradlfahrer. Wir zwei mit Gepäck. Aber keine E-Biker mit Gepäck. So ist es irgendwie irgendwie nicht. Komisch! Puh! Puh! bud